Walking in the Winter Wonderland. Ja. Ja. Oh Gott. Wir sind wieder da und wir spielen wieder mit Magneten rum. Liebe Kinder, passen bloß mit Supermagneten auf. Die Dinger, die zerquetschen euch Finger. Sicher? Kommt auf den Magneten an, aber gibt schon Dinge, die man nicht, wo man nicht Weichteile zwischenstecken sollte. Boah. Blonk. Weichteile? Hast du schon mal deinen Penis zwischen Magneten gesteckt? Nein. Du kannst springen. Ich hätte... Oh Gott. Du hättest jumpen können. Ich will das jetzt so machen. Ja. Nice. Jetzt muss ich springen und du kannst. Okay. Hier wäre ich lieber mit dem Magneten hoch. Das andere ist lustiger. Look! A cabin! A cabin. Wie sie das begeistert sagt. Sweet. Ein Bausparvertrag. Sweet. Er lernt. Ich halte. Hä? Ach nee, ich stoße ab. Lul. Hä? Hä, Moment. Du kannst jetzt anziehen. Wie? Das Blaue, was da gegenüber ist. Ja, aber ich bin auch blau. Das heißt, ich stoße ab. So. Wait. Nicht darüber sprechen. Doch, ich kann anziehen. Ah, lol. Nee, ich... Hä? Nee, du stoßt ab. Dann musst du vielleicht da drauf. Da wird's da jetzt direkt knifflig. Aber ich kann da dann nicht mich selbst abschließen. Nee, hä? Hä? Äh, äh. Äh, äh. Was? Ich verstehe. Ich bin jetzt verwirrt. Kurz. Rätsel lösen. So. Ein von der Theorie her. Stoße ich mich da ab? Hast du da irgendein... Das ist auch kein Punkt, wo du dich irgendwie hinjumpen kannst oder so. Nee, ist zu weit. Ich hab gedacht, ich probier gleich mal. Hä? Aber ich kann abstoßen. Das ist ja mega dumm. Hä? Ich dachte schon so, ja, ich schieb dich da und weg, aber nee. Auch nicht da dran von hier aus. Nee. Hä? Hey. Hä? Schieb... Schieb das nochmal raus. Ja. Dafür gibt's die Ecke hier. Smort. Haha, ich bin ein Smort. Ach, und jetzt ist es magnetisch und es klebt aneinander. Smort. Familie? Ja, jetzt, dass du es nennst. Es ist der Cabin, die... Ich glaube, du bist richtig. Oh. Hey. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so sexuell ist. Hat er seinen Penis rausgeholt? Ja. Schau sie auf. Oh. Ich glaube nicht, dass wir skaten sind, seit wir hier waren. Ich weiß. Ich weiß nicht, warum ich skaten liebe. Ich auch. Heißlaufen. Oh. Schau, Cody. Oh, Winterclothes. Hier geht's. Ja. Awesome. Oh, ich stoppe mich auf. Du bist aus Lehm. Wie geht das? Ich bin hier. War es so kräftig, als wir hier waren? Ja. Ja, es ist... Es ist so, wie ich es erinnere. Ich finde tatsächlich die Knetfiguren auch optisch irgendwie ansprechender und hübscher, weil er ist auch ein bisschen dicker. Und der Original-Cody ist nicht mollig. Und das macht ihn weniger sympathisch, finde ich. Geil. Ich fühle mich geschmeichelt. Ich versuche gerade die ganze Zeit mit meinem Fuß in deine Kniekehle zu kommen. Ich merke das. Du lässt mich nicht. So, gehen wir jetzt eisgaten? Ja. Nice. Jetzt ist es nicht gefroren. Hui. I must have been a hockey-pro in a previous time. Null. Right? Oh, I love ice skating. I really miss doing this. Immer mehr auf der X. Oder halt immer gedrückt. Null. Oh. Oh. So do I. You should do this more often. Du musst mal A und dann X. Dann dreht er sich so schön, oder? Ja. Huh. Oh. Ich fühle mich jetzt schnell gewesen. Jetzt wird es hier düster. Macht Spaß. Ja. Lass das weitermachen. Wieder zurückfahren. Ja. Oh. Huh. Ich komme nicht vom Mais runter. Bling. Bling. Schnee. Flashbang. Hey, Cody. You remember this town? Yeah, of course. This is where we spent our first Christmas together. Oh. Oh. What's happened here? Used to be so busy. I know. Where are you? Das ist eine Schneekugel. Yes. Where are they? This town used to be like your relationship. Alive and fun. Uh-huh. Nein, nein. Das ist eine Schneekugel. But look at it now. Silent. Dead. Frozen. Brrrr. Ja, Schneekugel. We need to wake it up from its winter sleep. We need to wake it up from its winter sleep. We need to wake it up from its winter sleep. Use your magnets. Magnets don't melt ice. Exactly. But the bells in this town come break the ice. Hm. Now break the ice and get your prize. Woo! Kannst du nicht einfach gegen diese Glocke fliegen? Ne, macht er nicht. Did he say we have to ring the bells? War da ein Hurensohn. Ring the bells to break the ice. Really? Where does he get these crazy ideas? Ring the bells. Let's do it for the town. Dann ringen wir mal die bells. Niemand. Das ist was blaues. Ich wills ziehen. Wie bist du gerannt, bitte? Mit den Armen nach hinten. Der Vater mag gerne Naruto, glaube ich. Oh, nee. Naja, ich... I get it. Oh, was? Warum ist das... Hä? Okay. Das war nicht schnell genug, glaube ich. Da rutsche ich ab. Wer ist zum... Und wer ruft mich denn jetzt? Hä? Ich könnte schon wieder nicht mehr angerufen worden. Oma Gisela schon wieder. Sorry, aber ich war jetzt abgelenkt. So, was... Ich hab gestern mit dir telefoniert. Und dann so, du bist nie zu erreichen. Ja, ruf nicht ständig an. Ist halt auch übel der Delay drin, wenn ich ziehe. Ja, alles gut. Ich kann ja warten. Aber es hat auch nur einmal geklingelt irgendwie. Ich hab vielleicht auch einfach gewählt. Naja, kann sein. Letzte Nummern und dann... Okay. Dann können wir da leben in die Stadt. Süß. Ich springe einfach nur. Falschaden ist nicht so ein Ding. Es soll ein Ding sein. Ja. Ich bin die ganze Zeit schon am gucken, ob es hier irgendwas gibt, was man machen kann. Aber irgendwie ist es hier nur eine Tür. Wir haben Town aufgetaut und das war's. War länger nichts mit irgendwelchen Easter Eggs. Zumindest hab ich keine gesehen. Oder irgendwelche Indie Games oder irgendwie sowas. Ja. Oder halt so Achievement Stuff, ne? Ja. Da müssen ganz viele Belts klingeln. Da hinten ist... Oh, okay. Einige. Ringed Belts. Ring. Vielleicht kann man hier auf dem See eisgaten. Ja, ich hab die auch gerade eisgaten. This place really is the big village. Oh, I missed the hustle and bustle when we were here. It was crowded. Not fun. Hope we can wake it up. Looks like there are three bell towers. Let's pick one and get started. Lass mal den hinten rechts, also ganz hinten in der Ecke den nehmen. Ich guck da einfach erstmal... Oh, hier sind Schneebälle. Schneebälle, wo? Wo bei mir. Aua! Du hast mich einfach aus der Luft geschossen. Ja, der zieht aber auch wieder automatisch mit den Bomben. Ah, ja, okay. Hä? Ne, okay, der ist aber... So, man hat direkt ein Paar. So ganz automatisch macht er das nicht? Ne, manchmal hängt er auf. Ey, immer wenn ich dich hab, hast du mich. Oh, ich hab keine Bälle mehr. Aha. Ihr Fortnite-Map-Movement. Nichts mehr. Hier, warte. Frieden. Okay. Das war mein letzter Herz. Was ist das? Das hab ich mich auch gerade gefragt. Ja, was ist das? Was ist das? Da kommen wir nicht rein. Kommt bestimmt noch wegen irgendeinem Clock Tower hier. Sollen wir ganz hinten rechts den machen, oder? Hier den, wo wir jetzt dran sind, direkt, hätte ich gesagt. Also, der war eben noch hinten rechts, ne? Okay, jetzt ist was Blaues. Lass ich da ansaugen. Ja. Cool. Ähm, ja, jetzt in irgendeine Richtung drehen, damit ich mich abstoßen kann. Okay. Uh, nee, entscheid dich. Ja, warte, der zieht immer ganz komisch, irgendwie. Oh, welche Richtung? Uh, okay. Der hört immer auf zu ziehen. Oh, oh. Ja, perfekt. Und weiter, und weiter. Stopp, 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 stopp. So weit, so weit, so weit. Hoch, bitte. Jetzt hat er nicht aufgehört zu ziehen, wie sonst immer. Okay, hab's geschafft. Jetzt kann ich. Jetzt muss ich das machen, glaub ich, ne? Ja. So, warte. Okay. Und jetzt musst du gleich laufen. Bereit. Okay. Alles gut. Ah, also. Okay. Ja. Ja. Jetzt kannst du Glocken. Nice. Oh, oh. Oh, wir können. Ein Riesenrad. Oh, hä? Schneekugel in der Schneekugel. Ne, in ein Aquarium, in einer Schneekugel. Ach so, ein Schneekugel-Aquarium in einer Schneekugel. Weird. Verrückt. Sollen wir uns erstmal hier umgucken, bevor wir... Ja, da unten ist so ein Jahrmarkt jetzt. Ja, komm, lass da mal hin. Aua. Was war das denn? Oh, leu. Oh. Ähm. Ich bin gestorben. Ich glaube, wenn wir beide... Die Leute terrorisieren. Ja, passt. Du musst aufpassen, du darfst nur deine erwischen. Nice. Ich bin richtig am Schlackern. Äh. Warte. Ich will einsteigen. Da kannst du. Ja. Perfekt. Jetzt. Huie. Blblblblblblblblbl. Äh. Klatsch. Oh. Hallo. Ist das noch irgendwas? Shuffleboard. Ah, Minigame. Nehme ich mal an. Stimmt. Ja, ich höre doch was. Wenn das schon so advertised wird. Da ist eine Kommel drin. Ja. Ja. Lul. Okay. Warte, hier ist meiner. Haft sammeln. Okay. Oh, leu. Okay. Kannst du dich anpacken mit Y. Okay. Und dann? Oh, leu. Oh, okay. Ah, so funktioniert das. Ähm. Der. Ohrensohn. Really? Äh, viel zu wenig. Das hast du gewonnen. Nice. Mit zwei Punkten. Nice. Yeah. snapshot, Cody. Ist das nochmal? Ja. Okay. Ich will wenigstens einmal einen Punkt machen. Someone touched my Pucks, Alter. Blblblblk. Das ist zu seicht gewesen, glaube ich, oder? Na, ich habe einen Punkt. Okay, ne, meinst du auch, das ist ein Punkt. Ja, aber jetzt kann man die auch leichter wieder selbst rausschießen, glaube ich. Oha! Tschüss! Wir haben einen Gleichstand. Okay, komme ich mir klar. Nice. Beide gewinnen. Oh, das ist ein nettes Spiel. Nicht beide verlieren, ne? Ja. Beide sind scheiße. Das ist bestimmt irgendwas, oder? Das hier sind noch Easter Eggs irgendwo. Weiß nicht. Das ist nur Publikum, glaube ich. Das ist hinten nur irgendwas, wo man die Pucks reinhälte. Ich habe sonst gesagt, vielleicht nochmal welche, die so gekleidet sind, wie bei irgendeinem anderen Game von denen oder so. Ja, nein. Ich habe nichts gesehen. Dieses Tale of Two Sons, oder wie das heißt, des Brothers, das ist ja auch von denen. Ach so, das habe ich auch gespielt. Ja. Das habe ich, glaube ich, sogar irgendwann gespeichert. Äh, als Dingens. Wahnsinn. Cool. Oh. Ich glaube, Brothers ist von denen und Tire The Way Out. Und jetzt das hier. Und die können gerne mehr solche Sachen machen. Das ist immer wieder schön. Wenn man dann immer so die ganzen Minigames auch mal sieht, immer, oh. Ein bisschen Stimmung gemacht. Stimmung. Wo war das andere, was wir da jetzt aufgetaut haben? Ach nee, das ist da hinten noch. Okay. Verstehe. Ja, dann lass mal zum nächsten hin latschen. Dann latschen wir mal. Wegen gelaufen. Oh. In. Da hinten. Ja. Wee. Bisschen grinden. Ja. Bisschen Tony Hawk. Wee. 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 Hm. ich dachte ich muss von der anderen seite ziehen ja okay warte ich kann aber nicht was war los ich glaube ich muss die dinger schießen ja ich muss die dinge ich muss die dinge an die eiswand schießen du musst dann rüber quasi und dich an denen entlanghangeln ja okay die rutschen runter okay dann die müssen irgendwie näher sein der war zu weit weg da fehlt mir noch einer okay die sind schwierig irgendwie zu gucken wo die hängen müssen das mal weiter drüben bisschen weiter drüben ich meine ich manchmal echt komische ja warte mal kannst du weiter drüben glaube ich machen weil ich kann an der wand auch einfach chillen genau ich habe schon ja aber ich kann nicht dran das war das problem mega wird ich muss gleich mal pinkeln ey warte mal hier rüber oh gott kannst du hier entscheiden möchtest du jetzt pinkeln oder möchtest du noch über diese eiswand komm mal immer rüber jetzt ok 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 jetzt visiert er wenigstens vernünftig an eben hat er so komisch anvisiert ok 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 jetzt muss ich noch etwas leiden ja die los wie ich wollte die eule hat mich getötet Hä? Ich hab mich nur kurz mitgezogen und ist dann aus der Range gewesen und dann bin ich runtergefallen. Ich durfte nicht zur Eule hin. Jetzt bin ich. Wo schleppt die dich hin? Zum nächsten Turm, glaube ich. Oh Mann, aber ich will auch an der Eule. Und ich bin jetzt hier auf dem Boden und das ist kacke. Du sehst mich auch nicht, ich bin Harry Potter. Wie komm ich da jetzt wieder hoch? Gar nicht, oder? Ja, aber du kriegst ja auch von unten. Ich war ja auch nicht oben. Hä? Wie kriegst du die von hier unten? Nicht die, aber fliegen überall Eulen rum jetzt. Ach so, okay. Ach da. Die sind nicht in Reichweite. Oh, ich bin tot. Ist jetzt auch erstmal wurscht. Also ich bring dich eh nur an den Startpunkt und von daraus kannst du dann so ein bisschen drummeln. Kriegen wir nächstes Mal hin. Ich bin eine Eule. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne Kommentar, Like und Abo dalassen. Jetzt hat es das dann doch nochmal am Ende geschafft. Ja, ich wollte eine Eule. Ja, wir sehen uns das nächste Mal bei Ittags2 oder einem anderen Projekt. Hau da rein. Vielen lieben Dank und bis denn. Tschüss. Richtiges Mobbing. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020